Der schweizige Oner Oh du... Oh Gott Oh Medizin Medizin, schön Okay Moin Leute, ich komme nochmal hoch Hier links geht es auch noch weiter anscheinend Oh du Scheiße Was denn? Gehen wir doch um die Ecke Alex du stehst auf Feuer Aua Ich habe euch gewarnt Aua Warum ist denn hier ein Feuer? Du siehst wirklich aus Aua Snacks Oh hier ist ein Typ mit einem Anzug Ey den hätte ich jetzt aber gerne in Anzug Oh hier liegt ein Enthaupteter Ein Bonze ja Oh ne da hinten auch Ein Artgenosse Hier auch Ich habe was gerade bis zu versteck gekommen Kann er es nicht lesen Hier du musst gucken wie er überlebt ne? Also falls wer einen teilen muss Hier ist noch ganz viel ne? Hier ist auch noch was Schokoriegel Oh Schokoriegel Oh Schokoriegel 1, 2, zack Oh Scheiße Wenn ich mitnehmen Wenn ich mitnehmen kann Ja ja Aber hier ging es noch links weiter ne Oliver? Warte ich gucke nur was hier oben ist Ich komme mit warte Warte noch kurz bitte Warte noch kurz bitte Wir kennen sich Nein Wenn die überall Bonze sind musst du hier auch eine Waffe geben für Reiche Hallo Alex wir wurden wir zurückgelassen Nein Wir gucken ja nur was hier oben ist Anscheinend nicht oder? Ne ich sehe auch nichts Aber mein Feuerzeug ist gerade so wenig leuchten Ich trau mich hier kommen voran Ah ne hier geht es glaube ich ganz hoch wieder Oliver Ja das kann gut sein Ja ok geh mal Ja komm 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 wieder runter Also hier geht es wieder raus Ok Oh es brennt in der Hand Oh Oh es brennt in der Hand Ah Ah Wir schmerzen Ah Meine Schuhe sind durchgebrannt Meine Schuhe sind durchgebrannt Ich werde mal markieren wenn es wieder hoch geht Oh nein ich hab die rote Farbe abgewicht gerade Wer kann eigentlich noch Medizin mitnehmen? Ich nicht Auf jeden Fall Ich bin auch voll Ich bin auch voll Ja nimm die Medizin noch mit die hier liegt Alex Williik So ok dann geht es jetzt hier noch rechts weiter ne? Ja da bin ich schon am hoch gehen Oh Babuschka Babuschka? Not ich Oh nein Schau mal was draufs Ok Oh ja da Oh 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 Brenn Oh Babuschka kommt Babuschka komm Ach du scheiß was bist du denn Na Babuschka Babuschka Ah Blöde Paul Wir alle bringen uns zu. Das hat mich auch angezündet, dann gedacht. Bitteschön. Boah, knallt denn hier so? Das bin dann... Nein. Ich bürne. So, ich bin tot. Sie ist tot. Ich bin auch tot. Oh Gott, das Dynamit ist an. Leute. Ja. Ja, entschuldig, Alex. Ich hör so dieses Zündendeck so. Pass auf, was soll über dir? Was ist das? Guckst du nach rechts und seh, wie das Dynamit in meiner Hand am Brennen ist. Hä? Wir brauchen den Storch. Tod. So. Da kommt noch mehr. Glaub ich. Da fällt sich schon eine wenig rein. Hinrichten. Nehme Kisten. Also ich seh, ihr könnt an euren Waffen Stoff alle dran machen, ne? Dann brennen. Hier hängen halbe Leichen. Und wenn die Stoff dran machen, das dann anzunehmen, dann macht ihr noch Fallenschaden, ne? Fallenschaden. An die Waffe? Ja, an die Waffe und Stoff. Ja. Ja, ja, das wusste ich schon. Warum sind hier so viele Lichter? Oh Gott, was ist mit dem passiert? Naja. Wollen wir dann Feuer bauen und die alle verbrennen? Ja, ja. Jo. Ich stell hier schon mal einen hin, oder macht schon einer ein bisschen? Ist da vorne irgendwas? Kopf ab. Ich stell hier schon mal einen hin, ne? Irgendwas hängt hier an der Wand, Jun. Oder? Das sind so Dinger, die rumbacken. Aber wir gucken, ja, hier brauchen wir die Taucherausrüstung. Ah, hier können wir schlafen und speichern, schlafen wir hier ne Runde, ne? Und speichern wir eben schnell, ja, in der Höhle. Oh Mensch, ich. Wir müssen aber in der Höhle hier irgendwas was finden, sonst würden die das ja nicht machen, hier. Ich weiß es nicht. Also hier sieht so aus, dass wir alle wieder tauchen müssen. Oh, hier ist viel Dynamit in den Leuchttrand. Da siehst du aber halt auch rechts da unten. Hier sind Pfeile drin, also da sind Pfeile in den Dingern drin. Zehn Stück. Sind überall Taucherausrüstung. Aber wenn die überall Taucherausrüstung sind, muss ja auch die Taucherausrüstung sein. Kann sie sein, ja. Irgendwo auch noch. Ja, find ich schon. Wer weiß schon, wo sie ist. So, hab ich auch noch ne Leiche hier. Das ist jetzt nur lieber. Okay. So. Ach, nicht. Kann doch nicht gewesen sein. Wieso sind die Dinger denn hier? Die sehen so verdächtig aus. Hm. Ist hier nix? Hallo Bobuschka. Muss doch irgendetwas sein, hier ist gelb. Hallo Bobuschka. Ach, die kann ich auch schlachten, die Bobuschka. Hm. Ja. Kann doch sagen, was du willst. Hier muss doch noch irgendetwas sein, ey. Oh Gott. Alter, hab ich mich erschrocken. Hehehe. Ach. So. Du musst mal tauchen, sagst du, ne? Ich guck mal, wie sehr du tauchen musst. Hehehe. Boah. Ja, da musst du schon sehr tauchen. Du hast hier entdeckt. Ja, ich probier's mal. Ja. Hier waren wir schon. Aber pass auf nicht, dass du gleich den Rückweg nicht mehr findest, ne? Ja, ich komm lieber zurück. Ich seh hier gar nix. Ich kann auch kaum Licht anmachen oder sowas, ne? Aber der Raum, wo der Fette drin war, das war so ein großer Raum. Haben wir da schon alles abgesucht, ob's da noch mehr Gänge gab? Eigentlich schon, ja. Echt? Ja. Haben wir? Soll ich jetzt mal schlafen? Haben wir doch schon. Kann ich vielleicht den Tauch... Nee, wir haben nur geschweifelt. Kann man nicht. Soll ich schlafen wollen? Also ich glaub... Ich brauch nicht schlafen, wie glaub ich. Den konnte mir den Weg leuchten, eigentlich. Boah, naja. Oh ja, man sieht gar nix da unten. Naja, ich würd hier gern weiter tauchen, aber wie gesagt, ich sehe hier gar nix. Ja, oh Gott. Ja, okay. Kann ich den hier irgendwie herstellen? Nee, man muss die, glaub ich, finden, die Taucherrüstung oder sowas. Ja, muss doch hier in der Hunde sein. Ja, komm, gehen wir schlafen und filmen uns auch unser Ausdauer wieder auf. Warte, ich komm zurück, ja. Mir ist auch kalt, merk ich gerade. Und brennig. Ich hör die Schreie. Ja. 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 Ja, okay. Ach, muss doch irgendwas sein hier, ey, Mann. Soll nicht umsonst gewesen sein, hier die Höhle. Ja, wahrscheinlich erst, wenn wir die Taucherrüstung haben. Naja, ich hab viel zu essen gefunden. Wenn ich hier was sehen würde, ne? Pascal, bleib da mal sicherheitshalber stehen, ne? Ja, ja. Wie heißt die Pflanze? Wie sieht ein Ding? Hallo, ey. Was? Hallo, ey. Wenn du von dem Gegengift redest. Nee, ich geh von vor allem von Gesundheitsmischung. Nee, ich bin jetzt hier irgendwie auf, 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 auf einer anderen Seite gelandet, ne? Ich kann hier mit Ringelblumen und irgendwas anderes. Echt? Ja. Wir können das schaffen. So, wollt ihr das mal ausprobieren? So, da wo ich jetzt bin. Ja. Schwimmt da hin und dann müsst ihr hoch. Hä? Ja, du bist weggegangen. Boah, ich wär fast ertrunken. Scheiße, ich hab keine Ahnung. Und jetzt so, Pascal. Jetzt so. Oh, ho, 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 ho. Bin ich? Ich ertrink die Jungs, ich ertrink. Wieso, kommen die alle? Pascal, ich ist da? Uuuuh. Ich bin zurück getaucht. Ich bin zu Alex irgendwann getaucht. Ah, ich bin zu Alex irgendwann getaucht, einfach. Was ist das denn? Wie weit muss ich denn runter? Weil ich hab das Gefühl, ich bin irgendwo gegen die Leute. Dass ich viel Geld wollen. Oh, Baby. Oh, Baby. 6. Alles jetzt hoch. Hoch, 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 hoch. Ah, ja. Okay. Alter, wie viel Geld ist das denn? Nein, 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 bitte. Oh! Oh! Oh, genau. Er hat auch geschafft. Sehr schön. Ich mach' mal schnell Feuer. Ich mach' mal schnell Feuer. Ich will hier jetzt mal was finden. So. So. Anmachen, ja. 1 Feuer, zack. Meine Rüstung ist auch gerade kaputt. Ja, ja. Wie gesagt, ich hab' gar keine Rüstung. Ich hab' gar keine Rüstung. Ich hab' auch nicht. Was hab' ich jetzt? Ich hab' mal Rüstung dabei, aber die hab' ich noch nicht angezogen. Ich hab' auch noch Geld. Boah. Ich hab' einen Mutanten, oder eine normale Knochen. Oh, wir liegen hier an der Decke. Ja, wir hängen da. Ja, wir hängen da. Ja, wer ist denn da? Ja, hallo? Oh, hier liegen Herzen rum. Was sind Herzen? Was kann ich denn? Die können wir sie ziehen und analysieren? Echt mal. Echt mal. Echt mal. Oh ja, Tatsache. Tatsache. Die können wir realisieren. Das sind aber große Herzen nur. Nein, nein. Das ist ein Gehirn. Ne, Moment, das ist ein... Das ist ein Gehirn. Das ist ein Gehirn. Das ist ein Gehirn. Oh, hier sind ganz viele Gästen, Jungs. Ich bin im Schlaverraffenland. Ja. Schlaverraffenland. Das nix drin ehrenlos. Ja, das... Oh, hier ist Dynamit. Ja. Ich hab' Wasserfließen. Ja, Dynamit. Da sind... Dynamitos. Da haben wir noch mehr Koffer. Ja, kann ich den Job sammeln. Was ist hier drin zum Beispiel? Und... Und Schoki. Oh, Schoki. So. Essen. Und Schoki. Essen. So. Ah, hier geht's hoch. Okay. Ähm. Kommen Steine entgegen geflogen. Da ist Feindkontakt. Oh ja, sehe ich. Aua. Alter, ich kann mich gar nicht wehren gerade. Hallo? Mein Typ schlägt dich. Oh ja, alles gut. Wir... wir safen dich. Ich hilf dich auch. Ach, da oben. Ne. Saven. Tot, 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 tot. Hey, wo ist heute denn? Wo? Stefan trifft halt dann Alex. Noch einer. Ach, Leute. Alex, siehst du unseren Namen. Wir sind weit weiter höher als du. Ja, ich höre jetzt. Wacht auf Alex. Ah, es muss ja. Jo. Oh, hör auf bitte. Wie geht's denn hier hoch? Oh. Oh, jetzt brenne ich wieder. Ey, leck mich doch. Hier geht's wieder wei... äh, weiter. Wie viel ist es lang, Alex? Was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Nooo. Nooo. Alex, rennst du in unsere Richtung? Ich... Wir sind den Berg weiter hochgelaufen, ne? Ja, aber wo? Ich geh wieder runter, Moment. Warte, warte mal. Was kann ich noch für den hier machen? Nooo. Komm hier. Ach, da. Ja, okay. So. Wie kommt das? Jetzt haben wir schon die Kopfrom. Ich kann nur einen Kopf mitnehmen. Ehrenlos. Ehrenlos. Meiner. So. Zack. So, weiter geht's. Ja, Alex, fang mal. Ah, komm mal. Ja, okay. Also, hier links ging's noch weiter, hier. Da hab ich einen Weg reingehauen. Rechts, rechts geht's auch noch was hoch. Ja, gehen wir mal links hier. Alex, komm direkt mit Zoom. Zoom. Achtung, hier geht's runter. Geht's wieder runter. Oh Gott, was war's denn da unten? Oh Gott, was war's für ein Leichenhaufen nach unten? Oh, oh, oh. Achso, ich dachte mir irgendwas. Das ist ja, das ist ja ne Babushka, Leute. Ne Babushka? Aua! Aua! Gott, warum bin ich denn so gut wie tot direkt? Babushka. Babushka. Da ist keine Babushka, das fahr dann. Ah, Oliver down. Eh, wo ist ein Dynamit denn hier bei mir? Scheiße, warum kommen die ganzen Babys entgegengeflogen worden? Wie war das mit meiner Hand los? Oh ja, wo ist ein Dynamit? Unten links. Weil mich sperren und so. Ach, da hatte der Dynamit. Der Dynamit fliegt. Glaube ich. Was können fliegt hinterher? Wenn ihr den Übrigen sprengt und der auseinanderfliegt... Oh Gott, alter! Dann äh... Dann könnte kein Rüstung mehr. Der grabbelt an mir rum. Ich hab ihn angebrannt. Los. Ey, er ist ein Scheiß-Begis hier. Aua! Nein! Boah! Ich bin down! Oh, Oliver! Nein! 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 Nein, Oliver! Und jetzt? Jetzt muss ich zu euch finden. Oh! Ich möchte auf andere die sinken. Aber warum ist er bei der ersten Explosion nicht gestorben? Keine Ahnung. Doch! Bei der ersten Explosion war er plötzlich mein kompletter Bildschirm voller Blut. Oh, was ist das nicht gesagt? Ich hab das gemacht. Ich hab das gemacht. Ich hab das gemacht. Hier unten ist aber glaube ich nix möglich mehr, ne? Doch, meine Sachen. Ich würde da gerne hinkommen. Naja. Da ist all mein Besitz was vor. Wie kannst du sagen, da ist nix? Nee, ich... Franz, hast du noch getrocknetes Fleisch bei dir rumhängen? Ja. Nee, bei mir im Haus nicht. Scheiße. Doch, eigentlich schon. Einen Hase müsste da noch hängen. Oh, Ero. Okay, müssen wir da wieder raus. Vielleicht ist da oben ja der Eingang. Kann man da, äh... No, nein! Warum ist ein verbranntes Fleisch da drin? Ah, Mann. Verdammt, ey. Zu viele Opfer. Ja. Ja. Mann, warum steht denn der auch genau in dem Moment, wie ich wieder aufstehe, auf mir? Ja. Da ist... Geht's hier wieder hoch. Der mag dich, Oliver. So, ich such mal den alternativen Eingang, damit wir der Oliver da abholen können. So. Ach, Mann. Oh, hier geht's wieder hoch. So. Boah, hä, ich reiche wieder Mäuse. So. Boah, hä, ich reiche wieder Mäuse. Wenn ich jetzt auf dem Weg zu euch sterbe, verfällt dann... verfällt dann mein alter Rucksack? Muss Alex machen. Nee. Ich tut er nicht. Du musst vorher deine alte Leiche... Ja, genau, das ist ja mein Problem. Wenn ich die vorher... Nee, du kannst... Nee, umgekehrt mein ich. Von mir sind wir, glaub ich, gekommen, ne? Also, also ich muss meine neue Leiche aufsammeln und dann kann ich meine alte wiederfinden. Ja. Okay. Also ähnlich wie bei Ark, dass ich halt immer nur den letzten... Ja, genau. Ja, genau. Lagerfeuer. Ihr seid aber ziemlich auf meiner Höhe. Ja, hier ist ein Eingang, hier. Ach so. Genau, hier warte ich auf dich, Oliver. Ich hab den Eingang gefunden, hier. Oh Gott, ah, ich werde angegriffen, ich schaff das nicht bis zu euch. Warte, ich markier den Eingang mal. Ah, wir sind dann sogar an dem Eingang vorbeigelaufen, hier, ne? Ja, vielleicht kann mir einer entgegenkommen. Oh mein Gott. Moment, ich mach... damit ich ihn wieder finde. Ich hab grün gesagt für Höhleneingänge, ne? Rot, okay. Ach, hier sind die Container, soll ich... Ey, ich komm Oliver mal entgegen. Alex, wo bist du denn? Du bist nur in der Höhe rum. Ich halte, ich... Ich halte, glaub ich, noch einen Schlag aus, ich weiß nicht, ob ich im Leben einkomme. Ja, ich komm dir schon entgegen. Er hat auf jeden Fall eine Frage gebraucht. Woll ich... Oh Gott, Alter! Ne, ich wollt grad sagen, ich hab ihn abgehängt und dann war er hinter mir. Oh nice. Ach, sche... Wenn er mich nochmal trifft, bin ich down. Ich bin fast da. Na toll, da vorne läuft noch einer. Okay, das... Oh Gott, der hat vorbeigeschlagen. Gott, ich hör sich schon schreien. Franz, Hilfe! Ich komme, ich komme, so, geh aus dem Weg, ich mach das. Hehehehe. Drecksau, ey. Stirb. Der ist tot. So, da hinten bei der roten Flagge ist der Eingang. Sie ist gelb. Sie ist gelb. Ja, oder gelb. Bei mir ist sie rot. Jetzt ist sie rot. Kann ich, ich kann die dann da zu deiner Leiche führen? Was? Als ob in der Höhle nix wirklich drin ist. Das ist doch blöd. So. Hehehe. Ich hab keine Ahnung, wo ihr da hinten zu halten. Hast du Medizin, Pascal? Ja, gerne. Weil ich halte dich rein ins Haus, dann bin ich weg. Ich hab nicht drauf packen, ne? Ja. So. Bitteschön. Du kannst übrigens, wenn du den Bogen enthalten hast und runter guckst, kannst du bessere Pfeile ausrüsten, wenn du welche hast. Die? Bogen da? Irgendwie der Regen dahin. Und dann müsst du da R drücken oder so stehen. Ich hab nur eine Art Pfeile. Okay. So. Ich warte dann hier mal auf euch, ne? Ja. Ich komme auch wieder mit rein. Oh mein Gott, ja. Hier muss aber auch irgendetwas doch in der Hülle sein. Ich kann es sagen, wo die Hülle sind. Hier ist wirklich nix. Nee, ich bin jetzt, glaub ich, einfach nur zum Ausgang noch schnell gerannt, aber... Ja, Alex, was hast du denn hier? Ich bin einfach nur hoch. Ja, auf euch warten, hab ich doch gesagt. Genau, weiter runter, weiter runter, genau. Boah. Aber hier war ich wirklich nicht irgendwas, ne? Ja, aber muss aber. Ja, Alex, dann ging's noch runter. Hier geht's auch noch runter. Hier geht's auch noch gleich runter, ja. So. Da runter musst du jetzt, Oliver, dann müsstest du... Ähm. Ey, warum kletzert er denn wieder hoch? So, genau, da ging dann hin. Na ja, gut, weißt du das. Ja. So, ging es noch weiter runter, ja? Oh! Fledermäus. Ah, hier. Ja, ja, ich seh, ich seh ja, wo ich gestorben bin. Ach so, du siehst das. Ja, ja. Ja, das ist ein Totenkopf. Ne, da ist es nicht, okay. Doch, da ist es. Ah, nix kennt sich was. Hier am Ende des Salz. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Also, wieder hier. Aber hier, aber hier sind wir, aber hier sind wir dann nicht weiter gegangen, oder? Ne, war nur so ein Leerraum. Dahinten sind noch ein paar Bilder, die du gucken kannst. Okay, ich guck sie mir mal. Ja. So. Ich hab ne Videokamera gefunden. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, wofür das Ding gut ist. Oh, jetzt hab ich auch endlich Armbanduhren. Nein! Ich geh ich auf Videotape im Winter. Oh, scheiße. Videotape. Da ging es weiter, oder? Ich hab ne Schlüsselkarte zum Öffnen von Türen benutzt, ja. Okay. Ich guck grad ein Video an die, irgendwas fällt. Ich guck grad ein Video an die, irgendwas fällt. Wie mit Mittagessen vegan. Komm. Ja, genau. Warte mal mal. Da ist irgendein kleines Mädchen im Rollstuhl. Und dann Ende. Beobachten. Ach so. Beobachten. Ja. Kameraden. Ich hab Sprengstoff. Der Bonzer. Oh, ich hab die Kopfbombe. Was ist das? Rollstuhl. Oh. Rollstuhl. Ich hab mir ne Kopfbombe gebaut. Ah, ich weiß. Ne Kopfbombe, ja. Helikopter. Wie Helikopter? Oh, hier wo so war. Was für Helikopter? Das sieht aus wie an einem Berg, ja. Ich mein, ich hab zwei Stück gefunden. Wo ist denn hier? Ja, die lag da unten, nirgends so. Ah. Ja. Keine Ahnung. Hol den. Da wo der, da wo der Freak war. Der, äh, Fallan. Der Freak. Fallan. Wo du gestorben bist, oder? Ja. Wenn du den Raum weiter durchgehst, siehst wie am Boden. Äh. Heulen. Doch. Zack. Also hier jetzt, hier runter wo du gestorben bist, ne? Ja und dann einfach auf die anderen Seite vom Raum. Münzen. Oha. Was hier wo du gestorben bist? Klebeband und. Hier hat Bombe gebaut. Noch mehr. Das, das. Ne, das. Hier geht's aber auch nochmal runter. Moment. Geradeaus, ne? Ja genau. Kann ich auch nochmal runter gehen gerne. Ich will, dass die sich das hier auszahlt. Oh. Hier dräng ich mal richtig, ja. Es ist alles so dunkel, ne? Okay, hier bin ich falsch. So. Nice, Pascal. Wir sind hier noch hier runter, genau. Oh, du, du, du müsstest mir mal kurz den Weg zeigen. Ich bin schon unten. Einfach, achso, zur Kamera? Ja, ja. Warte, hier unten ist, glaub ich, eh nix, wo ich bin. Oh, du, du, du müsstest mir mal kurz den Weg zeigen. Ne, hier ist gar nichts. Na, ich will auch blöde sein. Schoki haben wir hier wieder. Schoki nehm ich gerne. Ganz viel Schoki, ja. Dann hau ich mal richtig rein, ja. Er hat regeneriert nämlich ein bisschen Leben, seh ich gerade, ne? Und der hätte hier nicht hingegangen. Und überall Schädel. Hä? Einfach zurück, durch den Ausgang und dann, geht's da, geht's da links runter. Achso, der hat mich auch geschürft, jaja. Jetzt noch mehr die Zü, zwei Stück. Ach, ich will diese Kamera nicht. Nämlich auch. So. Ah, hier links geht's. Ne, war nicht schade. Mann. Ne, ist ja auch nichts. Ne, ist ja auch nichts. Was, was jetzt los war. So. So, wir dann rüber zu den Einhäusern gehen, die auf Stelzen stehen. Moment. Das ist gerade interessant. Hast du die Kamera mittlerweile gefunden? Ne, ich weiß nicht mehr, wo du gestorben bist. Und, und wenn, Pascal, ist eh nur was, wo du gucken kannst. Es ist egal, es wird wahrscheinlich noch mehr Videotapes geben. Deswegen. Komm mit, Pascal. Ich will jetzt noch kurz hier runter. Da ist gar nichts, Pascal. Da ist gar nichts. Da ist nichts. Ich hab' gut, das ist Schoki. Ja. Da ist es. Schoki geht da runter. Hat Alex schon alles gegessen. Wo ist Oliver? Da. Ich hab' 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 noch Hausdauer. Ja. Dann haben wir dann auch einen Höhleneingang. Aber, ich vermute, wir haben irgendwas übersehen, ey. Ja, bestimmt. Ich mein' da, wo ich grad' hingelaufen bin, da war' ein Mutant. Ich hab' das Gefühl, da waren wir noch gar nicht. Hier ist ne Abzweigung. Da, wo ich gestorben bin. Das siehst du. Wat? Geht's da weiter? Mein Schein. Also du kannst einmal hier ein Seil runterklettern und einmal kannst du da einen Weg lang gehen. Warte, 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 ich komm' noch einen Moment. Oh, du holst die Kamera denn jetzt? Ja, folge mich. Moment. Ey, ich soll so ein Kleidern an, das weißt du, ne? Hä? Ich schau' ihm aber, er sieht aus wie so'n arabischer Scheich. Ja, ja, ja. Alex, wirst du die Kamera an. Ähm. Hahahaha. Steht ihr, Alex? Mit der Kamera siehst du aus wie ne arabischer Scheich. Ja, danke. Ah, Mann. Hier, irgendwo lag die auf dem Boden, Pascal. Ihr Fleer Mäuse erschreckt mich nicht nochmal. Runtersliden, schnell, schnell, zack, zack, zack. Was ist denn hier? So. Ah, hier war ein bisschen nervig. Hm. Rollt, hier war ich doch noch. Das hab ich noch nicht gesehen. Ich weiß, dass da unten keine Abzweigung mehr ist. Von da unten läd' ich ja auch nicht. So. Ne. Ähm, da wo ich ja außerdem lang geraten bin, da war noch ein Mutant dabei, glaub ich auch noch nicht. Ja, wenn er zu kass ist. Hier. Da hab ich irgendwie Wasser voll oder so, keine Ahnung. Kommen wir von hier nicht? Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Kommen wir von hier? Ja, ich hoffe, er ist mal aufgeschlagen, wir kommen von hier. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, okay. Also hier nicht runter? Ne. Ja, hier war der Raum mit den Kisten, da nix drin war. Ah, okay. Bisschen lang, Pascal, bist du hier runter oder was? Ja, ja, das war da runter. Da waren auch ein Mutant wahrscheinlich spawnen die da irgendwo einfach nur. Keine Ahnung, toll. Hey. Also enttäuscht sich jetzt grad, diese Hülle, ne? Bei der anderen haben wir wenigstens moderne Angst gefunden, aber hier... Ey, was ist das denn her? Was ist das denn her? Der hat so'n Damenmantel an. Was ist das denn her? Scheich. Ja klar, na. Ich bin Ölscheich, Junge. Ölscheich. Weißt du, Inder, zwei Mexikaner und ein Chinese. Ja. Scheiße, bin ich ja erschienen. Bin ich überhaupt noch Mexikaner? Weiß ich nicht. Oh, ne. Ich bin zweimal gestorben. Und wenn, dann ist ein Japaner, wenn ich bitten darf, ja? Ne, Oli, wir sind beide wieder Japaner. Ah, Ehre. Ehre. Aber da gibt's ja auch in der Wirklichkeit mehr von. Ja. Bist du dir sicher? Ja, wir erfüllen hier nur die Realität. Ja. Ja. Okay. Oh, ich muss dringend schlafen. Ja, oben ist ein Zelt, da können wir schlafen. Hm. Also auch am Ausgang. Also, diese Hülle hat mich jetzt echt enttäuscht, muss ich echt sagen. Ja, weil, ähm. Ich weiß schon, wie wir das übersehen haben, aber... Ich spreche da sowas rum. Ist noch so'n Tape. Ach, hier lag noch ne'n Tape. Ja, das hatte ich ja schon genommen. Das war mit dem Hubschrauber da. Hm. So, ich gehe dann hier schon mal auf schlafen, ne? Hm, ich schlafe ich auf schlafen bin. Hä? Das ist wieder das Märchen in irgendetwas, irgendein Gebäude. Schweigern. Schlaufe. Ist doch ein Tag, glaube ich. Ja, ja. Ich glaube, ich kann noch. Ich hab noch drei, vier. Einer muss noch. Ey, ich werde hier weggedrückt. Komm mal nicht dran, du mir leid. Nein, dann gehe ich hier rüber. Jetzt komm ich. Komm selbst dran? Ja. Ja. Jetzt muss ich. Drei von vier, zwei von vier, drei von vier. Drei von vier. Jawohl. Wir haben es geschafft, Jungs. Alle sind zackt. Ich bin so stolz auf uns. Ich haue mir jetzt einmal hier getrocknetes Fleisch rein. Hm. Möchte ich auch noch einen Snack hier? Na doch mal essen. Oh ja. Ein Not-Snack. Freiheit. Freedom. Yeah. So und ab zu den Häusern auf Stelzen. Du Scheiche. Ja. 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 Vielen Dank.